Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der zweite Teil einer kleinen Serie, in der ich mich mit LED-Lampen und Messung an den LED-Lampen befasse. In diesem zweiten Teil gehe ich davon aus, dass der Neutralleiter fehlt und wir werden sehen, dass möglicherweise die LED trotzdem ganz schwach leuchtet. Und wir werden auch sehen, dass durch den Messvorgang mit dem Duspol möglicherweise die LED recht stark eingeschaltet wird. Ich möchte hier allerdings auch darauf hinweisen, dass dieses Verhalten sehr stark von der LED-Type abhängig ist. Möglicherweise tritt es auch gar nicht auf. Im nächsten Schritt dieses Videos möchte ich nun die konkreten Messungen einmal zeigen. Hier der Aufbau ohne Neutralleiter. Schalte ich die Energieversorgung ein, so glimmt die Lampe ganz schwach. Verbinde ich nun die Stelle, an der sich eigentlich der Neutralleiter befinden sollte, mit einem Stück losen Draht oder mit dem Duspol, so verstärkt sich dieser Effekt. Überbrücke ich nun die Stelle, an der der Neutralleiter fehlt, so leuchtet die Lampe sogar recht stark. Schalte ich nun die Energiezufuhr komplett wieder ab, so wird das leichte Nachglimpf völlig erlöschen. Wir haben also nun folgende drei Situationen gesehen. Zunächst war die LED über den geschlossenen Schalter mit dem Außenleiter verbunden. Der Neutralleiter war jedoch nicht angeklemmt und die LED hat minimal geleuchtet. Im zweiten Fall war dieser Anschlusspunkt, an dem der Neutralleiter fehlt, mit einem losen Stück Leitung verlängert und das Leuchten war durchaus etwas stärker. Das gleiche gilt an dieser Stelle. Hier war die lose Verbindung über den Duspol verlängert. Auch hier hat die Lampe deutlich stärker geleuchtet. Nun zur Erläuterung dieses Phänomens. Dabei gehe ich nun von der Situation aus, in der ich das lose Stück Leitung mit einem Draht verlängert habe. Ich muss mir dabei klar machen, dass ich über dieses lose Stück Leitung und meinen eigenen Körper eine Verbindung zur Erde geschaffen habe, sodass also der Stromkreis, in dem sich die LED befindet, nun durchaus geschlossen ist, wenn auch sehr hochohmig über meinen Körper. Aber immerhin der Stromkreis ist geschlossen. Es handelt sich hierbei in erster Linie um eine kapazitive Kopplung zur Erde. Da die Frequenz in dieser Anwendung mit 50 Hz recht niedrig ist, ist die kapazitive Kopplung zur Erde nicht besonders gut, denn der kapazitive Widerstand ist recht hoch, sodass also insgesamt nur eine kleine Spannung an der LED abfällt und das Leuchten recht schwach ausgeprägt ist. Der gleiche Hintergrund besteht natürlich auch dann, wenn ich den Duspol einsetze, denn der Duspol stellt ja quasi absichtlich eine kapazitive Kopplung zur Erde her, da er in solchen Fällen durchaus anzeigen soll, dass eine Spannung auf dem entsprechenden Messpunkt vorhanden ist. Warum hat nun die Lampe an dieser Stelle überhaupt geleuchtet? Auch hier muss ich davon ausgehen, dass auf dieser kurzen Strecke eine, wenn auch sehr minimale, kapazitive Kopplung zur Erde gegeben ist und damit leuchtet auch diese Lampe an dieser Stelle minimal auf. Schließlich haben wir noch den Fall gesehen, dass bei der zweipoligen Messung mit dem Duspol die Lampe plötzlich recht stark aufleuchtet. Das hat nun nichts mehr mit einer kapazitiven Kopplung zur Erde zu tun, denn wir messen ja sogar an dem Duspol 160 Volt, das heißt es waren sogar 70 Volt an der Lampe an, wodurch sie recht stark aufleuchtet. Ich möchte hier aber ausdrücklich noch mal darauf hinweisen, dass das ganze typenabhängig ist. Bei manchen LEDs, die gegen solche Phänomene auch absichtlich geschützt sind, funktioniert das Ganze nicht. In diesem Fall ist es ja nun so, dass ich mir wieder klar machen muss, dass durch das Einbringen des Duspols eine Reihenschaltung besteht. Der Widerstand des Duspols ist in Reihe geschaltet mit der LED. Der Duspol hat aufgrund der Spannungsmessung, die ich hier durchführe, einen recht hohen Innenwiderstand, aber die LED hat ebenfalls einen recht hohen Innenwiderstand, das heißt, es fällt ein doch recht großer Teil der 230 Volt an der LED ab. Es bleiben hier also 160 Volt an dem Duspol und 70 Volt an der LED, wodurch sie eben stark aufleuchtet. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Phänomen anschaulich erläutern. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie dieser kleinen Serie weiter folgen würden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.